Da ist er. Links. Und dort sind wir safe. Oh, der Orb ist auch safe. Dahinter am Auto fliegt er hoch. Ghostbusters! Ich hab ja meinen Einhorn kurz. Könnte ich auch einfach malen. So wie Matti. Ja, wie Matti. Da gab's ne Story, ne? Da gibt's ein Bild von Matti. Da war er auch, ehrlich, voll. Da war ich richtig voll. Ach, da auf einmal schon! Hab ich doch gesagt! Mann, hört mir doch zu, ey. Da war er einen kleinen Miete-Kratzer. Ja. Eine ganze kleine Miete-Kratzer. Da hab ich ja fast in den Nacken gekotzt. Dem. In meinem Auto. In deinem Auto? Ja. Wir haben ne Schlüssel vergessen. Drei Idioten auf dem Weg zum... Oh, das ist nicht mein Job. Was kotzen? Die haben ne Schlüssel vergessen. Ich komm nicht mehr in den Van rein, Leute! Dann zeigst du doch immer als erstes über dem Schlüssel. Ja, ich komm nicht mehr in den Van rein. Wenn das backt. Ach, papp, papp, papp. Ja, dann mag das Spiel dich nicht. Ob du behindert wies, hab ich gefragt. Haha, Ü18 und so. Ich komm nicht mehr in den Van! Nicht nur Discord hat erkannt, dass du zu jung bist, sondern fass mo auch! Ich renne dir vor ne unsichtbare Kante, wie geil das hat denn? Ja, ja. Dann spring doch mal. Geht in dem Spiel nicht, du Affe! Ach ja. Dann guck dich doch mal oder so, und dann guck mal weiter. Dann kommt er nicht mehr hoch, dann hat er ich jetzt. Guck nicht! Ich würde siehst du sowieso schon raus, ob du jetzt halt nur nach unten guckst. Der Drücken, Hexenschuss. Ah, hier ist mal der Knochen. Die haben gleich den Geist rausgefunden und er renkt da rum. Ja, alles gut. Ah, hier ist was rumgebrochen. Wenn du hinkommst, dann ist es schon verwandelt. Wir haben, ähm, EMF 3. Ja, aber nicht EMF 5. Nö, aber... Ich hab grad gesagt, ist das ein Beweis? Ist Strom an? Ja, das ist schon fertig. Warum nicht da Strom? In den Garage. Hast du Geist gefunden? Weißt du, welcher Geist das ist? Nö, das ist noch nicht. Aber wahrscheinlich in den Garage. Ja, dann ist noch nicht alles fertig. Was sagt der, der nicht mehr in den Van kommt? Hast du ein Foto gemacht? In einem Haus. Vom Van? Wer bist du überhaupt? Vom Van. Er hat doch gefragt, hast du ein Foto gemacht? Ja, macht ja super Spaß. Also auf mich hat er wieder nicht reagiert mit der Box irgendwie. Achso. Ja, ich renne noch mit dem Charmometer durch. Ach, schade. Also weit der Garage definitiv. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du eher? Bist du schwul? Bist du geduscht? Wie alt bist du? Er hat mit diesen Duschen angefangen. Wie? Wie alt bist du? Bist du sauber? Liebst du mich? Liebst du dich? Willst du mich töten? Ich habe irgendwann mal gesagt, bist du geduscht? Und dann hat er geantwortet. Seitdem hat Matti das eingeführt. Nee. Ich hätte eine Frage. Frag doch. Hat einer schon den... Achso, hier. Die Voodoo-Puppe. Aber wie habe ich schon gesagt? Hier ist auch der Knochen. Ja, Voodoo-Puppe habe ich nicht mitgekriegt. Hast du eine Kamera? Nein. Das kam bei mir tatsächlich auch nicht an. Ich habe eine. Wo ist die? Ja, gar nichts, was Matti gesagt hat. Nur das M3 kam an. In der Garage. In der Garage ist auch irgendwo der Knochen. Oder in dem Raum davor oder so. Nein. Oh, Philipp. Oh, Philipp. Ah, die hat der Fuß. Will der mich verarschen? Los, Philipp. Ach nee, ich habe doch keine Kamera. Wir sind ein Du. Ich verlasse mich auf dich. Kann auch sein, dass da nur Kreuz mitgenommen. Ich habe eine Videocam. Aber die bringt nichts zum Foto machen. Ja, ich gehe nochmal los. Go, Philipp. Du schaffst das. Go, go, go. Oh, 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 oh. Ich habe nur eine Sekunde. Oh, 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 oh. Hat gereicht. Wo bist du? Wie alt bist du? War doch passend. Drinnen, oder? Ja. Alles gut. Bin stolz auf dich. Ui. Ich weiß nicht. Irgendwie war das mit der... Mit dem Ding in da... Ja, ja, ja. Das ist ziemlich hoch. Also Box will die ausschließen. Er redet halt gar nicht. Ich habe da zwei... ...Wie... ...Fotoapparats... ...reingeschmissen. Ich hole noch mehr zu euch. Oh, danke schön. Ich mache mal ein Foto vom Fuß. Und sammle den ein. Ich mache ein Foto von der Wudelpuppe. Der ist schon was. Oh, shit. Die sieht man nicht. Ist dunkel. Habe ich. Hoffentlich, ja. Okay. Äh, ich bräuchte mal so ein Taschendingen. Ich bin auf dem Weg. Äh, ich habe eine Mücke im Zimmer. Geil. Und jetzt einen dicken, fetten Mückenstich auf dem Bein. What the fuck? Geil. Mach kaputt. Der Fasen ist bei 40%. Ich bin bei 60. Sander ist bei 75. Ich habe Geister-Event gehabt hier vorne am Eingang irgendwie. Echt? Ja, in der Garage auch. Da hat alles rot geblickt. Ja, könnte auch nie sein. Oder zwillings. Wo ist die Kamera? Da. Die Sau hat mich direkt gestoppt. Ach, Rotverdame. Mach mal hier den Ding hin. Ach, komm. Oh, man sieht ja überhaupt nicht, wo er hinläuft. Oder hinlaufen müsst. Wo bist du? Wie alt bist du? Na, guck mal. Doch, man sieht. Wie alt bist du? Ich weiß nicht. Bist du hier? Guck mal, dass du das schaffst, weil ich bin raus. Oh, ich gebe Mühe. Wo war denn das Event? Also, ich hatte eins der Garage. Oh nein, raus. Oh nein, raus. Oh nein. Was heißt das nach vorne? Oh. Also, die hat am Eingang halt geflackert. Bin wieder reingekommen. Ach so, ja. Das flackert tatsächlich. Wie, Philipp, du bist komplett raus? Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Wenn du in den Schleim fällst. Ja, wir haben Dots. Scheiße. Oh nein. Genau dieser Schleim, äh. In der dich trifft, ist vorbei. Wir sind da in das Auto reingelrannt. Ja, von neu jetzt. Was macht denn Sanity? Ja, wir haben verloren. Wir müssen jetzt nur warten, dass diese Runde zu Ende geht. Also, welche Beweise haben wir bis jetzt? Ach so, ich dachte, wir können direkt rausgehen. Nee, leider nicht. Und noch irgendwas? Nein. Ach, das Level ist auch echt, das ist schon hart. Wow. Also, hier der Ananas, der J.K.R., der ist gerade mal eben zwei Ebenen runtergeflogen. Also, letztens habe ich das geschafft als Einzige von allen Spielern, die noch übrig waren. Wir waren im Trupp und dadurch haben wir dann gewonnen. Also, bisher ist noch keiner durch, das ist auch schon eine Nummer. Ja. Ich war die Einzige, die das ganze Spiel noch überlebt hat. Hat das dann direkt gekocht? Ja, einer hat's geschafft. Ja. Ja, also, wir waren im Trupp. Zu Trupp mussten wir dann noch ein Spiel machen, aber zwei. Haben wir drei gegeneinander gespielt. Das war geil. Zwei Teams sind weiter. Was ist das? Wir haben noch. Hm? Was? Oder was? Dotz haben wir ja. Wie schnell war das? Hm, bis jetzt nicht. Eins, ein Grad, das wird mal kärter. Drei Teams weiter? So ungefähr. Vier. Vier. Zäh, zäh. Voll rasiert. Ich glaube, wir haben auch einen Orb. Echt. Egal. Ja doch, Orbs. Oder Gefrierte. Wir haben noch eins von beiden. Wett jetzt geblasen. Das dürfte ein Orb sein. Ja, ne? Ja, das ist ein Orb. Also, Dotz, Orbs, äh, Box kann's noch sein. Wo ist das, ob wir auch abgucken? Alles mit Mimik. Finger. Wo ist da ein Orb? Also noch könnte alles sein. Direkt überm Auto. Oder links im Auto. Kommt ihr da überm Auto oder links neben dem Auto? Wo ist das? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Und Dotz sind ja safe. Ja ja. Oh, der Orb ist auch safe. Hinterm Auto fliegt er hoch. Und auf der linken Seite. Nächste Mückenstich. Oh, voll aufs Netto, die Drecksau. Das ist ja alles noch möglich, ne? Sterb, du Drecksau. Sterb. 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 Nein, mit I. Sterb I. Genau so. Wo ist der Fassen? Da. Nimm mal Pellen. Hat er den Perserwärmung? Er kämpft mit der Mücke statt mit dem Geist. Naja. Ja, das ist auch echt hitzend, wenn du hier sitzt. Und ich werde von derselben Mücke bestimmt zehnmal gestochen. Kann ich dir nicht sagen. Ich lasse abends das Fenster geschlossen. Ich auch. Die Mücken sind hier bei uns im Haus, Alter. Und ich werde immer aufgefressen. Mhm. Ich hatte mal 33 Mückenstiche pro Bein. Jo. So gierig. Ja. Das ist ja, ja. Jetzt aber. Ach, come on. Äh, was? Hast du die Tür zugemacht, die Tür? Ich nicht. Ich nicht. Gefriert Temperaturen, ne? Ja. Können wir auch noch sehen. Oh no. Ja, 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 ja. Gefriert Temperaturen. Also haben wir ein Jurei. Gut. Haben wir das. Schnell. Spannend. Mann, warum springt der denn da nicht drüber? Jurei. Ja. Onkel Jurei. Trotz mal einen geilen Mückenstecker, Alter. Onkel Jürgen. Okay. Jurei. Bist du schon durch, Philipp? Nein. Er steht hinter mir. Ach so. Apropos Jürgen, äh, was machen wir eigentlich mit Don und, äh, Alkohol? Ja, wird's geben. Ach. Ist das schon eine leuke Idee? Nein, nein. Also auch noch. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Was ist ja voll kacken. Das war nicht so gut. Das ist auch eine der beschissensten Mäppen. Ja. Wenn ihr eingetragen habt. Ich kann recht sagen. Ich hab mal einfach frecherweise gedrückt. Na. Oh, ich hasse das. Jetzt juckt's mich wieder überall. Wir haben recht gehabt. Ja, wenn es tief leid geht. Was? Wenn es am Dödel juckt. Ja.